Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play League of Legends. Es geht auch schon direkt los. Erstmal Schildsch und dann Lederschuhe. Und dann geht's auch schon ab. Heute spiele ich mit Warwick. Hab noch nie davor mit dem gespielt. Von daher hoffe ich mal, ich werde einigermaßen gut vorankommen. Zudem 3 magische Schaden und Heilwerte bis zu 3 mal kumulativ. Trifft beim Gegner mit den Höhungen Wert an. Kurz da reingehen und dann weiterlesen. Oder 8% des maximalen Lebens des Ziels als magischer Schaden. Bei Monstern wird es immer nur der feste Wert verursacht. Außerdem wird Warwick für 80% des Verursachens Schadensgehalt. Interessant. Ich denke mal, Warwick's Q-Skill ist am stärksten. Schätze ich jetzt mal so. Und ja. Ich bräuchte irgendwas, aber ich weiß nicht, wo das ist. Egal. Oh, der kleine Bob, ey. Der da ist ein kleiner Bob. So. Erstmal schön warten. Alter. Ich hab ein bisschen Husten so, ne. Bin ein bisschen erkältet. Ich glaub, ich geh mal top. Boom. Boom. Komm, kill ihn. Kill ihn. Ja, sehr schön. Ich bin hier der Baba. Oh, da ist noch Darius. Alter, wie geil. Die haben uns so gut, die geil keinen Schaden gemacht. Kranker Scheiß. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. So kann's doch weitergehen. Aha. Wollen wir noch ein bisschen Husten. Find ich nicht in Ordnung. Boah. Geht doch schon mal rasant los. Das find ich gut. Das find ich toll. So wie es sein muss. Und nicht anders. Skrillen wir mal. Das hier. Hm. Altäre können eingenommen werden. Sollte der nicht nach unten gehen? Oder sollte ich nicht nach unten gehen? Sollte nicht irgendeiner nach unten gehen? Nee, ich geh nicht nach unten. Der wird schon da allein gerecht kommen. So nach dem Motto, wa? Alter, wir gehen. Nee. Tja, ja. Die haben voll keine Schnitte hier. Zur Zeit zumindest. Das kann sich ja alles noch ändern. Oh mein Gott, Kelly. Gut. Jetzt sterbt ihr wahrscheinlich auch. Ja. Ist halt so. Kann man nix machen. Vielleicht nehme ich mal die Altele ein. Okay, da kommt der Darius. Wum. Pam. Und da haut ihr auch schon wieder ab. Der kleine Bob. Ich würde gerne diesen Altar hier einnehmen. Einfach weil hier gerade niemand ist. Die werden zwar wahrscheinlich dann zu mir kommen. Weil die sehen, dass ich das hier gerade einnehme. Ui. Okay. Okay, hau ab. Junge, hau ab. Ja. Fuck, ich wurde verlangsam. Leben. Keine Ahnung. Alles einsetzen. Aufgeschüsselt. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Renn. Nein. Nein, fuck. Was will ich denn jetzt kaufen? Hm. Ich weiß gar nicht, muss ich sagen. Richtig auf Angriff. Schaden. Angriff, kritische Treffer. Angriff. Angriff, kritische Treffer. Schaden. Was wird das für ein scheiß Ding. Jetzt kostet 1.500. Achso, der will top gehen, okay. Kostet 1.500. Was shouldnt das sein? Ich hab keine Ahnung. Egal Mal sehen, wann die kommen Wow, die sind zu dritt Das ist eine flute Scheiße Gute Frage, gute Frage Was machen wir jetzt? Ich weiß ja auch keinen Plan, was wir hier kaufen müssen Dass alles ein bisschen kack hier ist Schnell rein, rein, rein Fuck, 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 fuck Ich sterbe wieder, ich sterbe wieder Nein, ach Mann Was soll ich denn kaufen? Ich habe keine Ahnung Angriff, Schaden Ich glaube, ich kaufe gleich irgendwas bei Schaden Vielleicht Oder vielleicht kritische Treffer Oder vielleicht Angriffstempo Ich weiß es ja nicht No Hm, hm, hm So Jut, Jut. Oh, fuck. Egal, wird schon klappen, wird schon klappen. Wird schon alles klappen. So, dann lauf mal voran. Jut, Jut. Ich weiß immer noch nicht, was ich kaufen soll. Hätte ich mich vielleicht vorher informieren müssen. Aber leider hab ich's nicht. Komm her, du. Okay, gut, gut, gut. So, der ist tot. Sehr schön. Normalerweise informiere ich mich ja immer vorher, was ich mache. Aber ich hab's leider jetzt auf die Fall versäumt. Ich hab ja auch echt keine Ahnung, auf was ich spielen soll und so. Heute ist so eine spontane Aufnahme, weil es ist noch ziemlich früh. Und ich hab, ich wollt's einfach mal testen, wie das so ist und so. Weil, äh, letztens hab ich ja schon eine Folge aufgenommen und das war halt Koop, weil es normal nicht mehr gab. Und dann spielte man gegen Bots und so ein Quatsch. Ich hab keine Ahnung, was das sollte, ey. Komm her. Komm schon, komm schon. Mist. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Komm, komm, komm. Stirb doch, du Mongo, ey. Fuck. Ich glaub, ich teleportier mich mal zurück. Hm. Ach komm. Boah, vielleicht ist es hier auch. Abwehr. Rüstung. Das Ding, genau, das Ding würd ich mir kaufen. Gefon ihn. Hm. Hm. Egal, passt schon. Passt schon, passt schon. Ich bin ja nicht mal Level Dingens, Level 6 hier. Die sind schon Level 7, Level 8 und ich bin hier ganz gechillt hier mit Level 5. Bullshit, ey. Wow. Hicht interessant. So, jetzt bin ich auch Level 6. Und jetzt kann's abgehen. Abklinge seit Dingens, Dingens, Dingens. Sehr schön, sehr schön. Komm. Ach, scheiße. Ich hasse jetzt, wenn die abhaulen. Aber ist es nochmal so. Kann man nix machen. Hm. Kann es sein, dass ich die nicht treffe, wenn ich nicht wirklich dran bin? Oder kommt mir das nur so vor? Komm schon. Ach komm, ey. Das ist auch bitchhaft. Ma. Oh. Die. 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 Vielen Dank.